Hallo, haben Sie Lust auf eine Massage? Ich? Gerne. Ja, sehr gerne. Toll. Hätten Sie 17 Minuten? Und jetzt? Wo ist denn die Massage? In dem Auto. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nice. Ja, sauber, Socki. Darf ich einfach ausprobieren? Ah. Nee, nicht mein Ding. Ah, jetzt rührt sie wieder was. Vielleicht ein bisschen stärker, weil das ist ein bisschen schwach. Welle kreisen, Stretzsch. Stretzsch. Schön. Fußmassage, oder wie? Wahnsinn. So oder draufstellen? Ja, so. Da muss ich ja meine Schuhe ausziehen. Hey, meine Socken gehen dich gar nicht so an. Ich kann mir sehr mehr. Dann kann man fahren bis Italien. Kann man nur jedem empfehlen. Da rutscht der Boden so raus. Mhm. Das ist ein lustiges Programm. Was ist das für ein Gefühl? Freut mich. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Nee. Tut mir leid. Nee. Ja, dannvio.... auf 1 Million Euro. Na, nope. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020